und hallo und herzlich willkommen wieder zu einer folge let's play classic civilization 3 das beste ziv aller zeiten mit mir dem captain und meinem experten lancelot im hintergrund und ich habe mir geordentlich gedanken gemacht ob ich den spielstand jetzt hier wo ich schon 10 nach christus nun den azteken aus dem spiel oder fast aus dem spiel genommen habe ob ich den nehme oder ob ich ja warte und den spielstand 30 nach christus eine runde später nehme ich dachte eigentlich in dem spielstand dass dieser hier ein bisschen besser gewesen ist ja ich bin halt eine runde schneller mit dem azteken fertig geworden und auf der anderen seite warum brauchen wir so viel und so lange hier so weil ich hier noch die anderen sachen eingestellt habe okay und auf der anderen seite habe ich auch festgestellt dass ich ein paar dinge halt auch anders gemacht habe aber das ist gar nicht mal so schlimm denn was ich anders gemacht habe war zum einen dass ich hier jetzt anstatt diesen siedler hier erst jetzt zu bauen habe ich ihn offensichtlich früher angefangen zu bauen und kann dann dementsprechend hier dann wenn er in zwei runden nein der wächst dann lieber in einer runde und was ist mit dem hier und nimmst das feld genau dafür wächst du jetzt halt moment wenn ich jetzt den umstelle auf den so geht es ja auch genau dann kriegt er das nämlich auch mit so und dann kannst du nämlich das nahrungsfeld genau dass dieser siedler hier nämlich schnell schon fast fertig ist bei dem anderen und jetzt hier noch sieben runden braucht und dieser siedler ist aber gleich also es ist bleibt im prinzip sich relativ gleich eine anmerkung hat mir lans noch reingeschrieben bei diesen ganzen städten wo hier jetzt bibliothek steht hier und hier und dann habe ich ja städte hier oben hier bibliothek gemacht die die passt ja sogar neben der neben der stadt und höchstwahrscheinlich diesen ganzen grenzstädten hier auch noch mal überall da wo ich bibliotheken drin habe dass sich dann entsprechend dort und gucken soll wegen ja wegen gerichtsgebäuden anstatt bibliotheken ob sie dann halt entsprechend auch produktiv werden so und ich bin hier die ganze zeit am hickapsen und gucken wir noch mal durch die einzelnen städte durch die ein bisschen was brauchen der hier der muss erst wachsen das passt ich glaube hier unten tenoch zitlan das weil wir frieden haben zufrieden glücklich glücklich können wir das nämlich jetzt umstellen so und die stadt 13 runden nein die stadt ist auf 3 13 runden das ist noch eh nur zwei egal was ist sie macht halt zwei gut 13 runden für den siedler soll halt mal ein bisschen vorangehen und dann wenn man jetzt kaufen kostet ja so dauert das eben viel länger gut und mache es machen was halt so ok und ansonsten haben wir hier der ist widerstrebend der hier macht überhaupt nichts du kannst mal eben auch gleich so gehen weil wachsen tust du bestimmt nicht wobei mit einem und wenn der andere dann noch einen bringt in 20 runden da kommen bis in 20 runden hast du noch ordentlich ordentlich forschung rausgehauen hier in der zeit ist nämlich auch so was so gleich mal machen hier forschung gibt doch noch mal ordentlich was an forschungspunkten so kann man sonst noch irgendwas machen hier du sollst 34 könntest mal sehen dass die hier genau hier habe ich noch einen wald abgeholzt von diesen dingern damit hier eine stadt noch mal schneller wächst die sich hätte da hat nämlich 123 muss nämlich dann genau naja egal jetzt haben wir so ja genau damit das nämlich genommen werden kann ja und du wächst so oder so das heißt du kannst auch den da belegen wunderbar ja das passt doch jetzt mal den marktplatz dort schneller bauen genau bautrupp ist auch gebaut ach du baust hier und baust hier und baust hier und könnte es eigentlich ein bisschen was umstellen hier ne 13 13 die sind auf jeden fall lukrativer hier diese ganzen werke wenn ich sie mal bewirtschafte als diese minen dinge so brauche auch genug so geht es auch genau wie sieht es mit dem hier aus spielchen wechsel dich der hat jetzt der braucht jetzt sechs zum wachsen und du brauchst vier zum wachsen so wenn wir den jetzt lassen kriegt er seine vier naja der kann auch in zwei runden wachsen oder aber wenn wir jetzt den hier zwei runden in zwei wachsen und den einen in einer ja dann können wir das dauerhaft auf dem lassen ne komm machen wir so passt dann brauche ich nicht so viel hin und her wechseln hier passt auch soweit alles oder denke eigentlich gut da wird ein aqueduct nachgebaut das passt doch auch moment der hat aber hier einen weniger der braucht noch genau der braucht noch diesen hügel hier ja moment doch der braucht einen hügel der kann damit wachsen ja gut da ist noch nichts drauf das ist noch das beste was geht alles klar gut also machen wir jetzt hier einfach weiter ich will jetzt nein ich will nicht beenden ich will jetzt gerade noch mal checken weil es hieß ja dann astronomie würde ich in drei runden kriegen wenn ich das jetzt wenn ich auf maximum gehe kriegt sind zwei runden was allerdings bedeutet dass ich massiv unzufrieden werde und so krieg ich es halt in drei runden und ich krieg höchstwahrscheinlich dann noch mehr plus gold gleich sobald ich runter gehe alles klar und äh auslandsberater ja der chineser oh moment was hast hat kontakte zum japaner drüben jetzt auch okay wir möchten etwas mit euch handeln der hat ja nun echt mal gar nichts das stimmt der hat echt überhaupt nichts der amerikaner hat rittertum und schießpulver jo und hat bis zum griechen kontakte zu allen der japaner hat auch rittertum und schießpulver okay alexander hat gar nichts den könnten wir aber das bildungswesen verkaufen mit dem japaner kann ich dem was verkaufen nein machen wir mal auf die alte tour so der russe hat rittertum okay der mongole hat gar nichts und der azteke hat auch nichts den kassieren wir dann demnächst noch ein achso eine sache ist noch besser in diesem spielstand als das was ich beim anderen mal gesehen hatte beim anderen spielstand war hier bei dieser stadt tlopan noch ein siedler entstanden keine ahnung wie der plötzlich entstanden entstehen konnte bei dieser stadt denn das ist eine einsatzstadt hier und in dem moment als er es mir geschenkt hat hatte er keine siedler zur auswahl oder so und die ist jetzt auch kaputt also da waren siedler und der ist garantiert nicht hier drüben eine neue stadt gründen also ist auch dann dementsprechend besser weil da muss ich hier drüben nicht rüber schippern und die stadt einnehmen sondern kann quasi im prinzip direkt hier diese stadt einnehmen und dann ist der azteke raus alles klar so ich würde sagen die stadt ist gefährlich wobei wenn er mir den krieg erklärt dann nimmt er die ja nicht ein ne kann die ja nicht so einnehmen er muss dann wird ja da raus teleportiert glaube ich oder ich glaube so war das 1 2 pferde wie viele pferde habe ich denn jetzt du bist denn mein militärberater pfelsberater öh truppenberater nach einheiten ich habe 1 2 3 4 5 6 pferde naja mal gucken also machen wir weiter mal schauen wie es war wie es was noch kommt kaserne wird gebaut in istanbul wunderbar dann darfst du jetzt anfangen öh reiterchen zu bauen wie teile sind ein reiterchen 30 wenn die nur 30 kosten wenn ich aber 20 schilder mache die frage astronomie in zwei runden die bibliothek wird auch fertig gut dann brauchst du jetzt mal an dem marktplatz damit du ein bisschen höher kommst wenn du nämlich stattlich steigerst momentan kein wachstum ok bei viel wachsen tuchst du dann auch wirklich nicht also was konnte denn da oben noch das feld oder was 2 2 ein wachstum ja gut die stadt wächst nicht die muss man dann hoch ziehen aber da noch bewässern bautrupp in sinop ja du baust halt weiter bautrupp drei reihrunden genau passt soweit hier die bibliothek ist auch fertig ok dann brauchen wir jetzt hier gerichtsgebäude so und offenbar wurde in der griechischen stadt athens das wunder große mauer fertiggestellt damit hat sich die große mauer bei den russen erledigt bei der russen hat nochmal umgestellt bei den mongolen hat es auch erledigt und in der runde auch offensichtlich bei den azteken dann so irgendwas wollte ich jetzt hier warum baue ich hier eine mine wenn ich dort einmal bewässerung bauen könnte könnte ich doch hier noch viel mehr vielleicht noch einen berg oder irgend so was mitnehmen aber weil da wahrscheinlich nichts drauf ist soll er das so machen ok naja die wächst sowieso nicht großartig also ein feld mit zwei noch eins mit zwei ja ich wächst sowieso nicht großartig die stadt ich glaube fast die markt der markt ist dort verschwendet könnte ich mir fast vorstellen dass der markt verschwendet ist denn der kostet und kostet und bringt nicht so viel wie viel haben wir denn hier 16 naja gut lassen wir mal drin 1 2 3 4 5 6 gerichtsgebäude naja gut das kann man nochmal entscheiden eigentlich ist das jetzt dumm gewesen hier hier müsste echt bewässerung hin warum ach der baut dort was macht denn der da warum bewerkstelligt der denn das dort mein feld warum macht der denn da an meinem feld rum naja so kriegt er das eine kriegte das eine wachsen tut er dann später halt alles klar gut wir schauen uns mal das info edd an was kommt da technologie es fehlen noch 394 das sind umgerechnet 100 100 was sind das 200 100 600 300 197 pro runde 197 pro runde so werden irgendwelche bibliotheken oder irgendwas fertig nicht sehe ich jetzt nicht wenn ich nämlich jetzt auf 1 drücke kann ich jetzt runter gehen nein zack 20 prozent ich kann auf 60 prozent gehen jawohl dann mache ich plus 31 gold habe 202 wissenschaft naja sind die spezies noch mit dabei alles klar können wir eigentlich mal gucken so machen wir jetzt den hier ja der steht gut eine straße bauen eine straße bauen noch eine straße bauen noch eine straße bauen und noch eine straße bauen die straßenbauer sind unter wir können euch direkt in der hauptstadt sammeln hier oben in die hauptstadt automatisches laufen alles wird mit straßen zugepflastert alles wird mit straßen zugepflastert alles wird mit straßen zugepflastert und damit ist der widerstrebende schon weg und haben wir schon mal nur noch einen glücklichen das vier produktion wird eins naja du bist echt so ein dödel hier muss man echt sagen so ein dödel hier ist echt alles verloren komm so gibt es wenigstens noch mal ein bisschen was an forschung dazu kommen vielleicht hilft mir das ja jetzt habe ich da sind immer noch 202 wissenschaft einen moment da habe ich irgendwas falsch nö es sind vier hier jetzt ist die anzeige irgendwie falsch ich weiß auch nicht naja gut schiffchen können wir mal weiter ziehen wo ist eigentlich das andere schiff ah das ist hier oben das ist hat jetzt schon hier oben diesen punkt erreicht sehr schön gut wo latscht der hin der siedler ist auf position gerückt und hier haben wir noch einen bautrupp jawohl du gehst mit da hoch jetzt machen wir hier du bist auf zwei vorgerückt hast du auch immerhin aus drei produktion machst du zwei produktion jawohl aber ein bisschen wenig was hier jetzt deine möglichkeiten betrifft eins da du kriegst zumindest schon mal das schild dazu aber das ist ein bisschen blöd hier mit dem hab ich keinen besseren hier eine eine runde na gut dann ist der da fertig nächste runde ne ok komm du sollst schneller wachsen dann hast du die mine dort was machen wir denn mit dem hier jetzt gelände info 2 gold 2 gold keine schildwiese keine schildwiese keine schildwiese keine schildwiese alles keine schildwiesen kann aber auch jetzt nichts keine bewässerung machen weil der hier unten nämlich noch fehlt da braucht nur noch eine runde na komm du baust da oben einfach eine straße so wie ihr hier auch eine straße baut und den wald kommen abholzen zehn runden noch passt so der ist noch nicht fertig wie lange braucht der eine runde gut dann kannst du jetzt hier ja kannst du eh nur das anfangen genau nur eine mine so der hat jetzt hier bewässerung gekriegt entweder der oder der welcher kriegt jetzt was der hier sollte das kriegen ne weil das eine schild hier sowieso egal ist genau dann kann ich nämlich dem so habe ich das gedacht sagt er kann darüber er kriegt dann das zweite schild irgendwann von was anderem so aber hier nach genau das habe ich vergessen hier die hier brauchen wir sind jetzt in einer runde auch fertig gut jetzt haben wir jetzt hier dafür noch gold zwei schilder das war mal so immer schön zu zweit dann sind sie schneller fertig ja dann habe ich schon zig mal gemacht glaube ich jetzt ne so ja bleiben uns immer noch genau zwei runden bis zur astronomie diesen reiter hier hier werde ich jetzt noch mal ein bisschen was umstellen ich kann hier nämlich noch mal ein bisschen wasser einstellen 18 sonst habe ich 16 den kann ich noch dahin stellen habe ich 15 drei runden bis zum wachstum wobei der sowieso nicht wächst aber dann hat er wenigstens volle nahrungslager und jetzt braucht er trotzdem zwei runden für den reiter das funktioniert ja so und der hier kann der muss ja nicht mehr großartig wachsen ein bisschen umstellen jetzt auf das hat er vier runden ja vier runden jetzt für den siedler geht es schneller der hier passt soweit ne eine runde eine runde nächste runde hat er da mehr ach ich könnte ja auch könnte irgendwas umstellen ne das sind zwei runden ach den könnte ich wegnehmen nein er kann und nein kann nichts wegnehmen kann nichts wegnehmen ist alles in ordnung gut wir schauen auf unsere trade options bildungswesen griechenland hat noch nichts mongolen haben auch noch nichts die einzigen wo ich bildungswesen für eintauschen könnte schade wenn die da irgendwas hätten womit ich dann hier rittertum oder schießpulver erforschen bekommen würde dann wäre das schon mal nicht schlecht so ist es nichts wir schauen noch mal auf die alerts hier noch irgendwas ist ist dann wohl minus sieben ne das was ist dann wohl minus sieben noch an den defizit okay das war das gewachsen na gut ach hier drüben die sind alle gewachsen stimmt die hier drüben sind gewachsen ja der hat den noch dazu genommen da müssen wir jetzt nochmal den dazu damit die nochmal schneller wächst was sind sonst noch gewachsen hier ö bolu wo ist denn bolu 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 ach die stadt daneben hier die ist auch gewachsen hat sich natürlich auch den wald gekrallt wenn ich den jetzt da hinsetze in fünf runden in sieben runden ja man soll sich den wald noch bearbeiten solange der wald da noch geht schließlich ist da was drauf haben wir eigentlich mehr davon haben wir eigentlich mehr davon haben wir deutlich mehr von solange der wald da ist genau und die sind sonst was ja das hatten wir und bursa ist auch gewachsen ja gut das hat nur auch ein anteil der hat nur auch hey das ist schön mit da oben drauf klicken kann man nämlich sehen ah die habe ich alle angeguckt und die anderen städte auch sehr gut ja machen wir weiter nächste runde wobei haben wir hier geld für den siedler dauert eben länger gut gibt mir 96 spart mir ein bisschen was ich muss aber aufrüsten vielleicht kann ich den auch von alleine in zwölf runden wird er ja von alleine fertig alles klar und lancelat hat vor wie es scheint errichten die arzteknas weltwunder michelandschloss kapelle ok chinesen weltwunder michelandschloss kapelle da haben wohl einige umgestellt aufgrund von irgendwas keine ahnung warum ich jedenfalls nicht vielleicht haben da irgendwer was fertiggestellt technologie russland japan china hat schießpulver oh das ist schön noch vor der astronomie china hat schießpulver das schießpulver kann ich gegen russlands tauschen alles klar so das könnte sogar was werden kann ich das schießpulver vom chinesen kaufen geht das vielleicht sogar noch vorher bevor ich irgendwie astronomie weg tauschen muss so habe ich auf jeden fall noch mal mehr geld und jetzt fragen wir mal mein verehrter schießpulver was würdet ihr dafür verlangen 44 gold pro runde und das färbemittel ach komm hier färbemittel hätte dir etwas dafür zu geben 40 gold nicht wirklich viel okay wer hat es denn noch gehabt dann dem das ritertum geben für das schießpulver oder andersrum welche technologie ist eigentlich teurer ritertum oder schießpulver schießpulver kostet 1152 ritertum kostet 768 ist ein bisschen billiger na gut warte im moment wer hatte denn das jetzt nochmal ritertum hatte russland müdechen russland wenn du mir das ritertum gibst was kann ich dir als gegenleistung geben mach du willst auch viel geld haben tut mir leid das machen wir aber nicht naja dann muss ich vielleicht doch bis zur nächsten runde warten so du kannst dahin kannst du ein bisschen nebenbei wachsen ein bisschen produktion kriegen wobei wenn der jetzt dahin geht hat er jetzt 8 produktion wächst auch nicht 7 oder 16 runden 14 runden somit wächst der dann hat er plus 2 weil ich jetzt nur die sachen eingestellt habe dem hätte er da drüben plus 3 immerhin aber gut das ist aber unsinnig hier 3 zu 10 4 zu 10 5 5 5 5 5 5 5 5 6 8 8 9 10 9 10 10 8 10 10 15 15 15 der könnte was dem da helfen genau das da zu entsumpfen so der ist da fertig hier drüben haben wir noch ein paar städte die wir gründen können so einer hier bingol bingol so du stellst hier auch gleich mal eine bibliothek rein ein weiteres schiff 12 1 2 3 die reiterchen ziehen in die hauptstadt was machen wir mit dem du kannst mal hier die den den walter abholzen so damit hier die alle ein bisschen schneller sind etwas mehr kriegen so was machst du hier ist das was entfällt ähm ja eine hacke jawohl und jetzt ist da der fertig endlich jawohl dann kann ich nämlich jetzt schön äh statische plus 1 nehmen wir mal von dem hier den weg können wir da hin jetzt haben wir nämlich 15 und vier schilder wunderbar jetzt müssen wir noch irgendwas anderes äh so dann haben wir jetzt 14 10 jetzt haben wir zehn schilde zwei runden ja jetzt in zwei runden voll das aquädukt und dann kannst du mich auch weiter wachsen beziehungsweise dann kann ich leute noch einstellen hier aber mit zehn schilden ist es doch eigentlich schon mal nicht schlecht kann man nämlich schön was mit bauen gerade zahl an schilden ist immer gut zum bauen und der hier kann es wird mir immer 28 so haben wir das aquädukt in drei runden fertig gut dann kann die stadt nämlich auch wachsen packen wir jetzt den hier noch hin du hilfst dem da hinten mal die straße fertig zu stellen ansonsten hilfst du dem hier beim werkwerk bauen eigentlich nicht gut will hier eigentlich bewässerung bewässerung und bewässerung machen kommt die darüber hilft denen da drüben bewässerung fertig zu kriegen so lange braucht er noch zwei runden kriegen wir das hin mit zwei runden wir kommen hier 1 2 in acht runden ist der bergbau fertig dort und jetzt ist der fertig hat jetzt hat er auch zwei schilde sehr gut und jetzt ist der fertig hat jetzt hat er auch zwei schilde sehr gut schön damit dauert die bibliothek auch nur noch elf runden dann können wir jetzt noch weitere hier die bewässerung weitertragen straße immer dieses ganze micromanagen jetzt haben wir dort zwei pferde ach hier hinten haben wir ja auch noch pferde stimmt und hier ganz hinten haben wir auch noch ein pferd da sind wir noch sauwenig einheiten hier hinten nur eins zwei drei einheiten die hier das weg sichern einmal ein eine mittelalter impf und zwei pikeniere aber von den einheiten hier drüben ist da geht ja auch glaube ich so gut wie keine gefahr aus das sind nur so ein paar pikeniere oder so und dann haben wir noch die hier genau kommen die ziehen wir auch gleich mal in die hauptstadt zurück jawoll so geld mäßig liegen wir weiter so mit 179 wirtschaft dass wir jetzt 54 geld machen pro runde und der sieht danach da oben wird er fertig denn auch bald fertig sehr gut jo fehlt noch irgendwas ich sehe es momentan nicht einer runde haben wir astronomie noch mal schauen trade options griechenland bildungswesen mongolen bildungswesen die chinesen haben auch bildungswesen die azteken haben nix gibt echt gar nichts hier bei den alerts irgendwas übersehen zwei städte sind gewachsen it's nick oh ja stimmt der hat den wald genommen stimmt's bringt das auch was bringt überhaupt nichts der wald zwei runden sind zwei runden alles klar und wer ist hier noch glatt legito hier unten ach die stadt hier unten ist gewachsen ja und sie hat einen osmanischen bürger geboren jawoll das ist sehr schön jetzt das feld bearbeitet kommt sogar auf zwei ohne das sehr gut ne dann passt das ja und dann gehen wir jetzt in die nächste runde und schauen mal wie es weiter geht gleich mit der astronomie zehn schilde werden wir die hören sehe ich amerikanische truppen sich bewegen der chinese bereitet sich dahinten weiter aus da kommt noch eine stadt wahrscheinlich hin da kommt noch eine stadt hin wer hier das hat hauptsache meine bibliotheken können hier das alles wunderbar übernehmen die ganze kultur vereinnahmen damit die städte von ihm so klein wie möglich bleiben gut äh astronomie gesamtübersicht anzeigen gucken wir doch mal was sagt denn jetzt unser berater hier so der chinese schießpulver wenn ich dem astronomie gebe dann kriegen wir schießpulver und 70 gold alles klar wenn wir dem ami astronomie geben bekommen wir rittertum 15 20 gold so der chinese hat nur zu dem japaner das andere so das heißt russland mmh 19 hier noch rittertum wenn ja aber nur zwei gold super wenn ich den amerikanern das gebe das hatte ich glaube ich gerade eben schon dann kriege ich rittertum und 15 15 gold ok dass wir gerade anbieten dem japaner ich dem das anbieter komme nicht beide tags aber der verkauft dann die auf jeden fall so der mongole hat gar nichts dafür bildungswesen und die grieche hat auch nichts ja eine gute sache jetzt jetzt ist die frage was machen wir jetzt also der ruse hat mit dem ami auf jeden fall kontakt und der chinese hat mit dem ami auch kontakt so aber dafür hat der ruse mit niemandem kontakt das heißt der denkt die haben beide haben beide rittertum oder ja wir haben beide rittertum so dann machen wir ja versuchen wir diesen dreieckshandel doch mal also wir tauschen die astronomie an den chinesen und der gibt uns schießpulver und 77 gold 77 gold bitte gibt es uns auch noch was pro runde wahrscheinlich nicht wahrscheinlich weil er total blank ist okay astronomie so würde das freundlicherweise akzeptieren ja bitte gut jetzt tauschen wir mit der russland dame das schießpulver und kriegen rittertum und zwei gold ja gold pro runde geht nicht so hätte mit diesem handel einverstanden kanarina jawohl wären wir damit haben jetzt alle parteien irgendwie schießpulver oder so rittertum bildungstum schießpulver jetzt haben wir noch den ami hier der immer sehr solvent ist wenn wir den jetzt die astronomie verkaufen dann gibt er uns sogar noch gold 24 gold und gibst uns 17 pro runde nein 16 auch nicht 15 15 gold pro runde wäre natürlich noch mal in eine enorme hausnummer ich würde ihn noch mal schwächen weil er halt noch mal wesentlich mehr geld an mich ausgeben muss und kann dementsprechend sonst nichts damit machen für eine tech die ich jetzt habe relativ schnell würde diesen handel freundlicherweise akzeptieren und das machen wir auch weil der chinese hat sowieso sonst tauscht der chinese der sowieso weit vor ort weit hinten dran können wir den irgendwas anderes anbieten vielleicht das bildungswesen 18 gold rittertum 18 gold schießpulver ne will er auch nicht der japaner hat der irgendwie was wenn ich die astronomie biete er gibt mir nur fünf gold dann ist es zu billig alexander ach ihr seid alle so blank leute das ist echt nicht zu fassen also mit dem bildungswesen hier kann es mir gar nichts geben ist außerdem wütend auch auf mich ja gut ne aber so haben wir noch mal einen schönen dreieckstausch gemacht und jetzt kommt erst die trade options und options to buy to us nichts mehr weil ich das alles gerade eben gemacht habe im wechsel und dementsprechend habe ich jetzt den allerneuesten stand russland kann auch astronomie kriegen aber für die bis auf den ami der dann zu den japanern handeln kann und ich glaube der chinese der zu den japanern handeln kann sind die anderen noch nicht miteinander vernetzt großartig wobei der ami doch schon aber der japaner der chinesen nicht gut passt doch eigentlich habe ich doch einen ganz guten deal gemacht gleich mal weiter schauen diese runde noch zu ende und vorbereiten denn dann ist wahrscheinlich auch schon wieder ende musiklehre in sieben runden wenn ich jetzt die zügel ein bisschen anziehe kriege ich die musiklehre auch in fünf runden jawohl und mit denen in fünf runden kann ich dann sogar mache ich sogar noch plus 24 dann kann ich nämlich jetzt um deklarieren sum zu auf die copernicus stern warte dann ist die nämlich sogar in zwei runden fertig wenn ich das umstelle sind es auch zwei runden bleibt bei zwei runden gut schilde sind denn jetzt hier ach genau das kann man ja auch im c ist ist nachgucken wie viel schild die es denn sind production die heißt die stadt e drehen 380 hat sie gesammelt 17 pro runde macht sie und auf 400 musik um wie komme ich denn jetzt auf die zwanzig komme ich auf 20 schilde irgendwie ne 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 nein mir fehlt wie in scope wo ne oda gut das darf nicht wahrsein mir fehlt echt ein schild 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 ... das kann nicht sein ein beschissenes schild fehlt Ja, gut, wenn ein beschissenes Schild fehlt, kann ich hier auch die ganzen Felder so machen. Da sind vier. Naja gut, die ganzen lassen wir mal. So, dann können wir die zwei Felder machen. So, der hat hier auf jeden Fall schon mal auf Ritter umgestellt. Hat er einen noch fertiggestellt? Nee, hat er nicht, oder? Da sind das jetzt zwei, vier, sechs, sieben. Ritter brauchen 70. Achso, genau, sieben pro Runde, okay. Ja, dann kann ich hier wieder zurückstellen, ne? Ja, dann kann der hier wieder auf das, und der auf das. Dann haben wir jetzt 19. Wenn man sich hier noch ein bisschen wegnehmen. Oder sagen wir mal bei dem hier. Auch das da. Macht fünf. Ja, passt. Nee. Da, der wird ja fertig. Sehr gut. Nee, passt ja. Fünf Schilde. Mit fünf Schilden liegt er doch nicht schlecht. Dann kann ich nämlich hier noch einen umstellen. Und zwar den hier auf den. Und dann habe ich zwei Runden Ritterproduktion. Sehr gut. Fünf Runden geht auch. Wie viel brauche ich für die Modernisierung? 120 Gold kostet einer. Ich nehme natürlich die Stärksten erstmal. Nicht den, der als erstes kommt. Hier die Vierer. Hatte ich nicht irgendwie mehr Reiter? Einer. Zwei. Drei. So, 37 Gold. Nur noch. Was haben wir hier jetzt? Wasser. Wasser. Zwei Runden bringt gar nichts. Geh mal auf den Wald. Da kannst du den Wald in aller Ruhe abholzen. Gut. Also, der macht das so. Also, der hat er drei. Hat er zwei dazu. Einen da. Zehn Prozent in die Schatzkammer. Was machen wir hier jetzt eigentlich dann noch? Noch mal ein bisschen bewässern hier noch einmal, oder? Den noch bewässern. Und da noch eine Mine drauf. Genau. Du willst hier oben noch den Wald abholzen. Dschungel weg. Dschungel weg. Dschungel weg. Dschungel weg. Zwei. Das passt. Wie lange brauchst du noch für den Wald? Nächste Runde ist der fertig. Dann bringt der zehn. So. Vier, acht, zwölf. Ja, hilft ein bisschen. Ich glaube, das war gerade falsch, aber egal. So, die drei können hier weitergehen und hier die nächsten Berge bebauen. Zwei, sechs, vier Runden. Genau. Wunderbar. Mit dem Bautrupp davon geht es vielleicht noch schneller, wobei ich hier eigentlich oben den Dschungel wegholzen will. Oh, und hier haben wir eine Schildwiese. Sehr schön. Dann können wir die doch auch bewässern, anstatt das andere. Ist doch viel besser. Dann bewässern wir auch die Schildwiese. Erstmal eine Straße draufsetzen. Straße auch dort. Auch das Schiff. Zwei. Da hinten geht es weiter mit dem Armini. Das ist der letzte Reiter. Sehr schön. Dann budeln alle ein. Damit habe ich jetzt schon mal drei Ritter und drei Reiter. Können wir nochmal anschauen, was der Ami uns jetzt... Sollten wir nicht mehr Gold auftreiben, natürlich mit diesen Trantüten sind... Ach, das sind die Azteken. So, jetzt wählen wir den Ami aus hier. Im Vergleich zu ihnen sind unsere Truppen eher durchschnittlich. Okay, also der Ami hat schon sehr viele Truppen. Da muss ich schon eine ganze Menge machen. Passt denn das jetzt immer noch mit Musiklehre in fünf Runden? Genau. Sternwarte ist auch gleich fertig. Ritter werden noch fertig, Siedler werden noch fertig, Häfen werden noch fertig. Was sagt denn hier noch unser Trade-Bonus? Gar nichts. Das hatten wir gerade eben alles schon. Und unsere Alerts, we can sell Techs, ja, we can sell Resources, Salpeter nach China. Wieso, wo haben wir denn überhaupt Salpeter noch? Da, das wird aber gerade erst angeschlossen. Wo habe ich denn sonst noch Salpeter? Habe ich irgendwo auf Salpeter gegründet oder was? Wo ist denn Salpeter? Handelsberater. In der Nähe von Sinop. In der Nähe von Sinop. Drei Gold. Ach, auf Sinop. Sinop wurde auf Salpeter gegründet. Jawohl. Haha, eine Wüstenstadt am Berg, das ist klar. Die wurde schön gegründet, sehr gut. Ne, das passt ja ideal. Da ist das Aquädukt auch gleich fertig. Danach kann hier auch auf Wachstum gesetzt werden. Oder zumindest mal ein paar mehr. Was könnten wir denn da noch, da müssen wir mal schauen, wenn das Aquädukt hier auch fertig ist. Drei Runden. Ah, mit dem geht es sogar in zwei Runden auch fertig. Kriegen wir sogar das so hin. Zwei Runden. Ja, dann hätten wir nämlich, können wir die ganzen Felder nämlich wieder auf See stellen und dann kann er nämlich wachsen und dann schön forschen. Während der hier dann noch, welche Felder kann der denn benutzen? Der nimmt dann die Seefelder, so gut es geht. So, hier nochmal bewässern, bewässern, dann kann er ein Feld noch dazu nehmen. Der Vulkan ist halt mit dreien auch gut. Ein Feld, zwei Felder, drei Felder, vier Felder, fünf Felder, sechs Felder. Ja, also die Stadt kann auch immer richtig fett werden. Genau, das kann richtig gut werden. So, warum braucht die denn noch länger jetzt hier nur noch? Warum hat die denn jetzt nur noch zufrieden, Aztheke? Warum produziert die denn jetzt nur noch einen hier? Das ist doch jetzt richtig Panne. Die war doch schon mal besser dran. Das verstehe ich nicht. Die war doch schon mal deutlich besser dran. Warum kommt hier so viel Mist bei raus? Komm. Wenn da so viel Mist bei rauskommt, dann, äh, nein, ach, shit, das ist auch nicht gut. So, dann müssen wir es halt so machen. Da muss ich halt ein bisschen mehr Geld noch zusammensammeln, dass die Stadt, auf jeden Fall, darf die nicht wachsen. Weil die zwei Bewohner, die da drin sind, die müssen in einen Siedler umgewandelt werden. Gut, also, wir haben jetzt eine Stunde gespielt. Es ist genau eine Stunde rum. Und dementsprechend mache ich jetzt hier die Pause. Ihr seht, es ist einiges, was gleich fertig wird. Der Siedler wird hier fertig. Der Bautrupp wird fertig. Kopernikus Sternwarte wird fertig. Äh, in fünf Runden kann ich die Musiklehre einstellen, dann umstellen. Dann kann ich hier Michelangelos Kapelle fertig, äh, umstellen auf Jottes Bachkirche. Dann, äh, Marktplatz, Hafen werden alle demnächst fertig werden. Ähm, in zehn Runden hier die Bibliotheken, die sogar ein bisschen schneller sogar noch. Dann wird der Druck auf diese Stadt Nanking nochmal wachsen. Von dem, von dem, von dem. Das kann nochmal gut werden. Vielleicht kriege ich ja noch ein paar Felder. Ritter werden am laufenden Band geproduziert. Leider nicht im Zweirundentakt, auch nicht im Dreirundentakt, sondern im, äh, Vierrundentakt. Ach, da muss ich nochmal umstellen. Und, äh, ansonsten, ja, Aquädukt, Aquädukt. Sieht's gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Ja, ich denke, das sieht nicht schlecht aus. Ähm, gucken nochmal schnell auf die Übersicht. F11. Istanbul ist mit Abstand die größte Stadt. Kyoto mit dem Orakel. Athen mit zwei Wundern schon, okay. Und dann, der Amerikaner hat die Pyramiden, die Zeus-Statue und auch noch die hängenden Gärten entsprechend. Gut, Bevölkerung. Erster, 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 erster. Jährliches Einkommen pro Kopf, erster. Militärdienst, ach da. Ja, gut. Äh, noch irgendwas? F10? Nein. Raumschiff? Nein. F9? Die geben mir schon ewig lange nicht mehr das Krönchen, was ich hier oben haben will. Vielleicht, wenn ich dann den Azteken ausgelöscht habe. Genau. Wunder. Werden ja nicht mehr so viele gebaut. Na, Besitzer, Besitzer, große Leuchtturm wird noch gebaut von den Amis. Das könnten sogar packen, weil es, glaube ich, sonst keiner den großen Leuchtturm baut. Ähm. Ähm. Sun Tzu Kriegskunst von den Chinesen. Vielleicht schaffen die das ja vor den Amerikanern, vor den Griechen, Japanern, Großen. Die bauen alle Sun Tzu. Genau. Michelangels Kapelle interessiert mich hier dann doch nicht unbedingt, das ist ja nur so ein Zwischenschritt, aber sonst baut, der Architeke baut jetzt die Michelangels Kapelle. Oder der Chinese baut sie auch. Okay. Kapelle, 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 Kapelle. Copernicus Sternwarte bau bisher ich als einziger. Und Leonardos Werkstätten baut der Amerikaner in Atlanta oder der Chinese in Henshau. Ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn man die kriegt, kann man schön auch noch weiter Einheiten upgraden, günstiger machen. Zeus Statue. Ja, wo war nochmal jetzt die, wo waren das hier? Pyramiden, hängende Gärten. Ach, in Philadelphia waren sie. Philadelphia, wo sind sie? Da oben. New York, Philadelphia, Washington, Atlanta. Da sind all die schönen Stücke. Also eigentlich die schönen Wunder, die der da baut, die kann man eigentlich, eigentlich denke ich schon, dass der Amerikaner reif ist. Der Chinese ist einfach zu schwach, der Chinese ist einfach zu schwach, um irgendwas zu machen. Und da bringen wir diese Städte hier, die bringen wir dann nur bedingt was. Dann lieber den Amerikaner, der keine unmittelbare Gefahr ist für mich. Da komme ich mir mehr Streitmacht an und nehme Kroki Zucki in einem Handstreich über das chinesische Gelände in New York ein. Und kurzerhand danach nehme ich ihm dann meinetwegen Atlanta oder Washington ein und Philadelphia dann im nächsten Zug noch irgendwie. Auf jeden Fall sollte das machbar sein. Naja gut. Alles zu seiner Zeit. Wir sehen uns dann in einer Woche wieder, wenn es weitergeht mit Civilization 3, das beste Ziv aller Zeiten. Bis zum nächsten Mal, sagt der Captain. Und dann. Bis zum nächsten Mal.